Wer ist schon gestorben? Charline Heal Haben wir noch einen Magier überhaupt? Alter! Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, komme ich auf jeden Fall mit meinem Hybrid Ja, ich hab den Krassen am Arsch Charline Heal Dauer Charline Heal Der Smallware ist tot Boah, krasser Scheiße Jetzt zaubert er Heal und Charline Äh, außer Ich hab keine Ahnung mehr Scheiße! Brenn Ja, ich bin rot Ja Pack deinen Scheiß aus, du blöder Bandit Wow Das war knapp Nein Mir reicht's, ich komm jetzt mit meinem Healer Ja, ich darf mit meinem Hybrid kommen Du bist auch nicht voll geskillt, Wuna, oder? Wollte der jetzt echt nochmal reingehen? Ja, ich auf jeden Fall Wuna, du bist auch nicht voll geskillt, oder? Alle 5 tot Also es war alle 5 tot, okay Svetler, du hast das Video aber schon noch laufen, oder? Ja, ja Ich freu mich schon auf ein 3 Stunden Video, Alter Ich auch